Hallihallo, das sind wir wieder. Mit der Morgenkraut. Für mich ist ne Warum, mal wieder. Achso, das ist der Griff. Achso, natürlich. Das ist neu. Machen wir ein bisschen Dünger rein. So, dann platzieren wir mal auf, falls wir noch eins finden. Gut. Wie geht's euch hier? Naja, naja. Da war's. Pfeiler haben wir aber noch. Da war's ein wenig eng. Gut. Viel Zeugs? Nö. Was haben wir eigentlich? Oktober. Boah. Ja, hier ist keins drinne. Tio. Boah. Klamotten und Strom hab ich mir aufgeschrieben. Also bei Perlensuren, Szenen, das übliche. Bier. Und Koffer. Ach, bier. Au. Au. Di. ット рисchen. Mittendurch. Oh, was sehe ich da drüben? Links oben im Eck. Ha, 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 nicht da da. Schwupp. Beere. Adler auch im Ohr. Die haben ein schweres Leben kaum angekommen. Drehen sie rum. Hin und her und her und hin. Ich wünschte ich mir ein Hohn. Das war's. Der hat den Schatten von dem Berg mit berechnet. Oh, hallo. 60 HP, das Vieh. Das ist ein R2-Schuss. Das ist doch auch kein Schnee. 100.000 Heilkräuter, das braucht kein Mensch. Stimmt, es gibt ja auch Kisten. Quatsch, quatsch, quatsch. 20 Kollegen hier von hinten überraschen, weil die sind wieder da, falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Da ist Eisen. Das geht immer. Oh, ich komme trotzdem laschen. Oh, jetzt habe ich schon zwei von den Solardingern da drauf. Guck an. Doch, ich bin... Ne, doch. Da. Zweites. Ach, das ist Bruma. Na toll. Knobelt hier noch im Haus. Das ist doch kacke, Leute. Wenn wir den Poler zu bringen können, die Tür einzubeißen, höh, höh. Höh. Das reicht nicht so ernst. Da ist doch, das ist doch, das ist doch. Da sehe ich auch mein Freund. Gut. Da, 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 da. Ich kann den Füß rein so weit. Da ist er. Oh. Jawohl. Das ist dein Ernst. Da ist er wieder. Ich will jetzt aber eigentlich meinen Pfeil wieder finden. Bevor die Blutlache weg ist. Da, 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 da. Gut. Gut. Ausgezeichnet. Ach, verdammt. Gut. Gut. Okay. So. Gut. Weiß doch wieder wo der Fall war. Sechs Stück, das war gut. Hahaha, als hätte ich's geahnt, Junge. Zack. Als hätte ich's geahnt. Wo ist denn dein Nest eigentlich? Da unten. Da ist das. Da. 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 Hier sieht man's. Das komische Klederhaken wollte man auch noch bauen. Die brauchen wir für die Höhle da bestimmt auch. Der Möhrer wartet auch noch auf uns, sehr schön. Ich muss schnell mal Pfoten waschen. Du wirst so friedlich, gell? Ja. Können wir die Sau doch in die Claymore reinjagen. Da war das doch bisher gar nicht so schlecht. Puma gefunden. Baumwolle gefunden. Jetzt noch eine Kiste mit Baumwollsamen. Ach. Pia. Den will ich nicht finden. Oh. Hat mir hier an der Stelle nicht die einen Jäger ausgeräumt? Wo ich mich immer so göttlich angestellt hab? Ne. Das ist es nicht wert. Überall Heißkräuter. Überall Heißkräuter. Überall Heißkräuter. Vielen Dank. Gar nichts. Kreist wie der Geier über uns. Wo ist der mehr? Ach ja, Leute, Leute. Da war es vorbei mit Erfolgreich. Ist ja überhaupt nichts hier. Das sind also Heilkräuter und Fasern. So, jetzt war es. Kupfer, Leute, Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Schaffen wir das? Loll. Da war, glaube ich, noch einer, aber das wäre zu weit unten. Ja, aber immerhin, Perlen ist einigermaßen erfolgreich. Ich bin sehr am Kiesel hängen geblieben und er soffen. Doch. Okay. Dann ist es. Das ist doch wirklich so spannend hier gerade. Warte noch. Da, Kiste. Da ist ein Elch, der im Wasser rumpaddelt. Das soll ich auch noch im Gift. Okay. 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 Das braucht man nicht. Ich kann sagen, ist ja nicht eben Wolf rumgeschlummert. Wer folgt der uns? Nee. Noch nicht. Wo ist der hier? Das war's. Ah, Eier hat man doch, genau. Das ist für ein Stück. Ha. Braucht man doch gar nicht. Ja, was soll. Sagt der Energy. Sehr gut, sagt der Energy. Braucht ihr noch Kupfer, Leute. Kupfer. Links. Da haben wir hier unseren Hausberg. Links und rechts. Oh, nur zu kein Kupfer. Was wollte ich jetzt genau? Da ist ordentlich. Kartoffeln und Zwiebeln. Futter war aber was ordentliches, war. Oh. 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 Okay. Jetzt sehen wir jetzt gar nicht wie es um die Federn bestellt war. Aber für die ganzen Stoffleder-Dinger da brauchen wir auch Federn ohne Ende. Brunftzeit ist vorbei. Gut. Okay. Meine Herren, jetzt gehen wir zum Barensee. Na gut, gibt's heute nicht allzu viel zu tun, außer Dumpfarm. So we do. Jetzt noch ein Doppel-Feder. Das Ding fehlt auch noch. Ich glaube die Seile hatte ich schon noch. Fünf. Zwei, drei, genau die haben wir schon. Vier Stoff noch. Drei Stoff noch. Da brauchen wir noch einer. Da brauchen wir noch eine Bombe oder ohne Ende. Hier ist das Legierungsgelung. Okay, das geht aber. Das geht. Da braucht die Übernacht noch mal aus. Jetzt den Nachbarn. Das ist noch eine Hölle. Okay. Gut, würde ich sagen. Belassen wir's für heute dabei. Ein bisschen sind wir vorangekommen. So. Da haben wir jetzt alle. Fünf Stück. Das Hauptproblem waren ja diese metallbaren. Die da. Genau. Da brauchen wir Kopfhör. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Macht's gut.